Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Wir sind hier wieder in der Volkshochschule im Norden des Landkreises München, in Garching, im Römerhof. Und es geht wieder um Gravitationswellen, denn es gibt viel Neues zu berichten. Es ist viel passiert, neue Messungen wurden gemacht, eine neue Methode wird weiterentwickelt mit Hilfe von Pulsaren. Und wir wollen natürlich ein Update bringen. Mein Name ist Andreas Müller vom Excellence Cluster Universe. Wir erforschen da das Universum. Ich bin da Scientific Manager. Ich bin also nicht weit von, unweit von hier beschäftigt bei dem Forschungscampus in Garching. Und wir erforschen in dem Cluster letzten Endes die letzten 14 Milliarden Jahre. Was ist da so alles passiert seit dem Urknall? Wie sind Teilchen entstanden, Sterne, klassische Astronomie, Galaxien, Galaxienhaufen? Und ein Thema, was uns alle betreffen wird und jetzt schon betrifft, sind eben die Gravitationswellen. Also man kann es mindestens vergleichen mit einem neuen Fenster der Astronomie, was sich da geöffnet hat. Und es soll jetzt eben darum gehen, was es an neuen Erkenntnissen in den letzten Monaten gab. Ich hatte schon hier in der VHS im Norden des Landkreises München darüber berichtet, über die Entdeckung selbst. Das Durchbruchssignal und mit dem LIGO-Detektoren wurde das in den USA entdeckt. Und es soll jetzt eben heute darum gehen, was ist eigentlich in den letzten Monaten passiert? Was gibt es Neues? Hat man weitere Signale entdeckt? Gibt es neue Erkenntnisse? Hier sehen Sie im Hintergrund so eine kleine Zukunftsschau letzten Endes. Also das ist nicht nur eine Illustration. Das ist tatsächlich eine echte Simulation von Gravitationswellen, die man erwartet, wenn zwei Neutronensterne kollidieren. Das hat man leider noch nicht direkt gesehen. Es ging immer um zwei schwarze Löcher, die man da beobachtet hat. Und jetzt warten natürlich die Astronomen und Gravitationswellenforscher darauf, dass man entweder sieht, wie ein Neutronenstern vom schwarzen Loch zerrissen wird oder wie eben zwei Neutronensterne miteinander verschmelzen. Das ist insofern interessant, weil dann auf jeden Fall ein elektromagnetisches Begleitsignal zu erwarten ist. Und dann kann man eben die Gravitationswellenmessungen direkt vergleichen mit den elektromagnetischen Wellen. Erstmal möchte ich Sie noch mal daran erinnern, was ist überhaupt so eine Gravitationswelle? Sie wird erzeugt, wenn Massen beschleunigt werden. Also wenn ich hier wild mit meinem Arm herumrudere, erzeuge ich auch Gravitationswellen. Massen werden dann beschleunigt. Die Theorie, die das Ganze vorhersagt, ist die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein. Aber wie sich herausstellt, die Kombination der Naturkonstanten ist dermaßen ungünstig, dass diese Wellenform extrem schwach ist. Das heißt, ich erzeuge zwar Gravitationswellen, aber die Amplitude ist so gering, dass man das kaum eben jemals messen können wird, was ich da mit dem Arm fabriziere. Am besten ist es eben dann, wenn man große Massen hat, kompakte Massen hat, die stark beschleunigt werden. Und da kommen also die kompakten Objekte der Astronomie ins Spiel. Endzustände von Sternen, weiße Zwerge, Neutronensterne oder am besten schwarze Löcher. Da hat man also so viel Masse auf so wenig Raum, dass die Gravitationswellen dann besonders heftig ausfallen. Und natürlich ist es dann sehr gut, wenn man zum Beispiel ein Doppelsternsystem hat aus diesen kompakten Objekten, zwei schwarze Löcher, die sich umkreisen, sehr eng umkreisen. Dann sind die Beschleunigungswerte sehr groß. Und dann wird auch die Welle sehr stark sein. Die Gravitationswellen verformen Raum und Zeit. Diese komische Raupe, die Sie da sehen, ist letzten Endes eine Verformung. Im Ruhezustand ohne Gravitationswelle wäre das im Prinzip eine Röhre, die Sie sich vorstellen können, die sich aus Ringen zusammensetzt, die man hintereinander anordnet. Und von hinten kommt jetzt diese Gravitationswelle angerauscht. Und man sieht, wie dann diese Ringe eben verformt werden zu Ellipsen, also oval werden, dann wieder zurückschwingen in die Kreisform und dann in der senkrechten dazu verformt werden. Man spricht hier auch von einer ganz speziellen Gravitationswelle, die Sie hier sehen, eine linear polarisierte Gravitationswelle der sogenannten Pluspolarisation. Denn wie Sie sehen, die Richtung ist hier in der Richtung, die Verformung von der Raupe, ist in der Richtung letzten Endes hier in der vertikalen und hier vorne sehen Sie es gerade sehr schön in der horizontalen. Das heißt, das ist wie so ein Pluszeichen. Es gibt noch einen zweiten Freiheitsgrad bei diesen Wellen, das ist die Kreuzpolarisation wie ein X, also genau um 45 Grad gedreht zu dem Ganzen. Und jetzt können Sie auch wie in der elektromagnetischen Theorie die Wellenformen überlagern und kriegen dann verschiedene andere Polarisationen. Es gibt zirkular polarisierte Gravitationswellen und dann eben auch elliptisch polarisierte Gravitationswellen. Bei denen sieht es dann so aus, als ob eben diese Verformung auf einem Kreis um die Ausbreitungsrichtung herumläuft. Das ist also ganz analog zu den elektromagnetischen Wellen, hängt eben davon ab, wie die überlagert werden. Und jetzt steht hier noch, nur Solarm ist sie nicht. Was nämlich rauskam aus der Theorie, dass diese Gravitationswellen sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. C, Celeritas, eine Naturkonstante, im Vakuum sind das eben 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das ist ungefähr die Entfernung, ein bisschen weniger als die Entfernung bis zum Mond. Das heißt, eine Lichtsekunde ist die Entfernung vom Mond. Eine Gravitationswelle wäre also nach ungefähr einer Sekunde bis zum Mond gelaufen, von der Erde aus. Und nach acht Minuten bei der Sonne und so weiter. Das heißt, die sind genauso schnell wie elektromagnetische Wellen. Das Paradebeispiel für die Gravitationswellen sind diese Doppelsternsysteme. Zwei Kugeln, zwei Massen, die sich umkreisen. Wir hatten beim letzten Mal auch besprochen, dass letzten Endes auch unsere Erde Gravitationswellen erzeugt, weil sie ja um die Sonne herumläuft. Das können Sie ausrechnen. In meinem Buch habe ich das auch vorgerechnet. Sie kriegen in meinem Buch auch, wenn Sie da interessiert sind, alle Formeln angeboten, um das selber nachzurechnen. Man spricht von der Gravitationswellenleuchtkraft, also eine Leistung, eine Energie pro Zeit, die abgestrahlt wird. Alle Wellen transportieren ja Energie, auch Gravitationswellen. Das heißt, dieses Doppelsternsystem verliert Energie durch die Abstrahlung von Gravitationswellen. Das führt dazu, dass dann eben die ganze Geschichte kein Happy End haben wird. Da muss ich Sie enttäuschen. Diese beiden Sterne werden also früher oder später miteinander zusammenstoßen. Und das hängt davon ab, wie effizient Gravitationswellen erzeugt werden, wie schnell das geschieht. Bei sehr kompakten und engen Systemen ist die Beschleunigung und die Abstrahlung so groß, also die Leistung, Strahlungsleistung so groß, dass das sehr schnell geht. Bei der Erde darf ich Entwarnung geben. Das sind nur 200 Watt. Das ist also etwas mehr als so eine klassische Glühbirne, die Sie kennen von der Leistung her. Das heißt, wenn Sie mal sich überlegen, wie viel Energie in dieser bewegten Erde drinstecken, da brauchen wir also wirklich keine Angst haben. Dass die Erde früher oder später durch die Abstrahlung von Gravitationswellen in die Sonne stürzt. Das dauert also Jahrmilliarden und mehr. Da haben wir also viel Zeit. Da wird wahrscheinlich irgendwas anderes Schlimmes vorher passieren. Sie sehen auch bei der Animation sehr schön, was dann mit der Raumzeit passiert. Hier eben in der Vereinfachung als verformtes zweidimensionales Gebilde dargestellt. Es ist so ein bisschen wie eine Meereswelle, eine Oberflächenwelle. Man kann sich so eine Boje drauf vorstellen und dann würde man also so rauf und runter wippen. Die Krümmung der Raumzeit verändert sich also, wenn so eine Welle vorbeikommt. Das heißt, was passiert, wenn wir als Personen von der Gravitationswelle getroffen werden? Wir werden letzten Endes in die Länge gestreckt, zusammengedrückt und auch werden wir dicker und dünner. Keine Chance, um dann vernünftig abzunehmen, weil die Welle schwingt ja. Das heißt, sie werden zwar dünner für eine kurze Zeit, aber danach werden sie wieder auf die alte, dicke oder dünne, wie Sie wollen, zurückverformt. Und dann werden sie sogar dicker werden. Also das geht hin und her. Aber es ist eben ein Bereich, der wirklich im deutlich subatomaren Bereich liegt, kleiner als Atomkerndurchmesser. Ein Kilometer langer Maßstab, das sind nämlich gerade diese Interferometer, sind Kilometer groß, werden nur um das Zehntausendste von einem Proton, also von einem kleinen Atomkern, dann verformt. Also das können Sie kaum messen und vor allem auch nicht sehen. Aber letzten Endes, wenn Sie das vergrößern und verstärken könnten, um den Faktor 10 hoch 20, müssten Sie es verstärken, eins mit 20 Nullen, dann könnten wir sehen, wie wir selber von diesen Wellenformen gedehnt und gestaucht werden. Diese Gravitationswellen kann man natürlich jetzt simulieren. Es gibt also auch natürlich, wie überall in der Physik und Astronomie, die Theoretiker auf der einen Seite, die Experimentatoren auf der anderen Seite. Einstein hatte die Gravitationswellen 1916 selber berechnet, hat dann gleich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, gesagt, Leute, das können wir abhaken mit dem Messen, weil einfach diese Wellenformen extrem durch die Naturkonstanten schwach ausfallen, die Amplitude extrem schwach ausfällt. Das heißt, dieser Ausschlag der Welle ist einfach unheimlich gering, eben im Bereich, wie ich gerade gesagt habe. Man spricht da auch gerne von der relativen Längenänderung, dass also ein Maßstab der Länge L um eine Differenz Delta L gedehnt und gestaucht wird. Und Delta L über L liegt eben typischerweise im Bereich 10 hoch minus 19, 10 hoch minus 20, 10 hoch minus 21, je nachdem, welche Quelle da gerade heftig an der Raumzeit rüttelt. Und weil eben jetzt diese beiden Körper in dem Doppelsternsystem sich immer näher kommen, wird diese Wellenform sich verändern. Das sieht man also hier, die Zeitentwicklung, wie sich diese Welle, der Ausschlag der Welle verändert. Und Sie sehen hier sehr schön, dass einerseits die Amplitude immer höher wird, das ist der Ausschlag hier nach oben und nach unten. Und Sie sehen auch, dass diese Berge und Täler immer enger zusammenrutschen. Das heißt, Sie haben erstmal eine Annäherungsphase. Die beiden Kugeln kommen sich immer näher. Sie werden immer mehr beschleunigt. Die Kepler-Gesetze sagen ja, dass ein innenkreisender Planet, wie zum Beispiel Merkur, sich schneller um die Sonne dreht als die Erde, die Erde schneller als der Jupiter. Das heißt, die Beschleunigung wird auch immer größer, je näher die Körper sich eben annähern. Und deshalb wird der Ausschlag der Welle größer. Und Sie sehen eben auch, dass die Frequenz natürlich immer größer wird. Die Umlauffrequenz nimmt eben zu. Also das ist auch beim Sonnensystem natürlich der Fall. Es ist kein starrer, umlaufender Körper, sonst würden ja alle Planeten dieselbe Umlaufzeit haben. Aber der Merkur braucht nur 88 Tage für den Umlauf, die Erde ein Jahr und der Jupiter zwölf Jahre. Und so ist es also, dass auch bei den zwei Sternen oder was auch immer sich da umkreist, die werden also immer schneller umeinander kreisen. Und damit nimmt auch dann diese Effizienz der Abstrahlung zu. Die Leistung nimmt zu, die Amplitude der Gravitationswellen nimmt zu. Und auch die Frequenz der Gravitationswelle nimmt zu, am Anfang noch geringer, dann immer höher die Frequenz. Und dann passiert sozusagen irgendwas. Das ist also hier keine echte Simulation. Das habe ich ein bisschen skizziert eigentlich. Das hier sieht schon wirklich aus wie eine echte Simulation. Also wenn Sie sich da die Simulationsdaten anschauen, ist es also das immer engere Umkreisen. Das bedeutet, die sind sich einfach nur näher gekommen. Aber es geht ihnen beiden noch gut. Aber hier hinten passiert also dann was Schlimmes. Also man spricht da vom Inspiral, die Annäherungsphase. Und danach gibt es also diese Kollisionen, je nachdem wie groß die Körper sind. Wenn es zwei Sterne sind, die relativ groß sind, werden die sich sehr schnell berühren. Haben Sie zwei Neutronensterne, die viel kompakter sind als Sterne, dann dauert das viel länger. Die können sich also viel näher kommen, bis sie sich berühren. Deshalb wird die Amplitude der Gravitationswellen auch viel größer werden. Und das Extrem ist natürlich dann, wenn zwei schwarze Löcher sich immer näher kommen. Die Kollision wird auch der Merger genannt, englisch dann für die Verschmelzung. Ja, und dann passiert was Schlimmes. Es gibt einen Zusammenstoß. Es entsteht ein neues Objekt. Und danach, natürlich haben Sie ja keine Beschleunigung mehr. Es bleibt nur noch ein Objekt übrig. Das heißt, die Gravitationswelle kommt sehr, sehr schnell, exponentiell schnell zum Erliegen. Das heißt, hier hinten klingt es sehr schnell ab. Das ist, wie ich immer gerne sage, ein kräftiges Schütteln. Und dann ist es vorbei. Das war's. Und das Gravitationswellensignal verschwindet. Und deshalb geht ja die Amplitude dann im Prinzip auf Null runter. Dieses Abklingen hat eben auch einen schönen Fachbegriff. Das ist der Ringdown. Und das sind eben die drei Phasen, die Sie bei allen Doppelsternsystemen, was auch immer sich da umkreist, erwarten würden. Wie es im Detail dann hier aussieht, hängt wirklich davon ab, was es für Objekte sind. Es gab eine Vorgeschichte, die hatte ich beim letzten Mal nicht intensiv erzählt. Das wollte ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Es gab Hinweise in der Astronomie, dass es diese Gravitationswellen geben muss. Bevor man sie nämlich direkt gemessen hat, hat man in den 70er Jahren ein fantastisches System entdeckt. Ein System aus zwei Neutronensternen. Einer von beiden war sichtbar. Der rote Begleiter hier war unsichtbar. Was hat man da gesehen? Also die beiden kreisen natürlich um den gemeinsamen Schwerpunkt. Das ist wie bei Sonne und Erde. Die kreisen auch um den gemeinsamen Schwerpunkt. Aber weil die Sonne viel schwerer ist als die Erde, liegt der Schwerpunkt sehr nah an der Sonne. Und deshalb sieht es so aus, als ob eben die Erde um die Sonne kreist. Hier in diesem Fall sind beide im Prinzip gleich schwer. Übrigens anderthalb Sonnenmassen ungefähr schwer. Also etwas schwerer als die Sonne. Allerdings verdichtet sich das in einer Kugel von nur 20 Kilometern Durchmesser. Also das ist so groß wie München plus Umgebung, aber es stecken eben anderthalb Sonnenmassen drin. Eine Sonnenmasse ist eine 2 mit 30 Nullen in Kilogramm. Also das ist wahnsinnig kompakte Materie, ist fast ein schwarzes Loch. Das ist die Vorstufe zum schwarzen Loch. Und diese Neutronensterne entstehen eben aus massereichen Sternen, die am Ende ihres Lebens explodieren in einer Supernova-Explosion. Nun hat man 1974 diesen blinkenden Pulsar entdeckt. Schon 1967 hat man den ersten Pulsar überhaupt entdeckt. Und was ist da los? Also warum blinkt der? Man hat die Pulsar genannt. Das ist eigentlich eine irreführende Bezeichnung. Also da pulst keiner. Es ist eher ein Leuchtturm-Effekt. Hier auch schön dargestellt, es gibt einen Strahlungskegel, das ist das rote hier, und eine Rotationsachse, der schwarze Pfeil. Und nun sind die beiden gegeneinander eben verdreht. Und wenn jetzt dieser Pulsar eben um sich kreist, dann kreist eben auch dieser Strahlungskegel. Und zufällig sind wir mit unserer Erde eben so lokalisiert, dass wir genau in diesem Strahlungskegel drin liegen. Das heißt, wie bei einem Leuchtturm. Beim Leuchtturm ist ja auch kein Pulsen, sondern es ist ein rotierender Lichtstrahl. Und immer wenn der sozusagen vorbeikommt und sie dann eben trifft, dann sehen Sie das Blinken. Beim Pulsar ist es genauso. Immer wenn auf der Erde das Blinken zu sehen ist, sehen wir gerade direkt hier in diesen Strahl hinein. Daraus können wir natürlich dann auf die Rotationsperiode von diesem Objekt schließen. Und jetzt halten Sie sich fest, das ist ein Ding eben von 20 Kilometern Durchmesser mit anderthalb Sonnenmassen, was in 59 Millisekunden, also 59 mal 10 hoch minus 3 Sekunden, um sich selbst kreist. Wahnsinnig schnell. Der Grund ist eben, dass es hier einen Pirouetten-Effekt gibt. Das kennen Sie vom Eiskunstläufer. Wenn der seine Arme anlegt, dann verringert er ja das Trägheitsmoment. Er packt nämlich die Masse seines Körpers viel dichter an die Körperachse dran. Dadurch rotiert er schneller, nimmt er die Arme wieder auseinander, vergrößert er das Trägheitsmoment. Er vergrößert den Abstand der Massenpunkte zur Drehachse und dadurch rotiert er wieder langsamer. Wenn ein Stern stirbt und der Kern in sich zusammenstürzt und dann eben zu einem Neutronenstern zusammenstürzt, innerhalb von Millisekunden übrigens, geht wahnsinnig schnell, dann rotiert er eben auch immer schneller, weil sich eben dieses Trägheitsmoment natürlich auf die gleiche Art und Weise verringert. Das war aber eine besondere Entdeckung, weil es der erste Pulsar war in einem Doppelsystem. Und das war ein absoluter Glücksfall für die Relativitätstheoretiker und für die Gravitationsforscher, weil man hier ein wunderbares System hat, um alle möglichen Effekte der speziellen und allgemeinen Relativitätstheorie zu testen. Vor allem, und deshalb rede ich eben darüber, die Gravitationswellen. Denn natürlich haben Sie jetzt hier zwei extrem kompakte Massen, eben fast schwarze Löcher, die sich in nur acht Stunden, knapp acht Stunden, umkreisen. Das heißt, die zweite Umlaufzeit, die es gibt, es gibt einmal die Zeit, die der Pulsar selber braucht, um sich zu kreisen, das sind diese 59 Millisekunden, und dann kreisen die beiden eben auch umeinander. Und das dauert nicht mal acht Stunden. Da können Sie sich vorstellen, wie eng dieses System sein muss. Der Merkur braucht 88 Tage für den Umlauf um die Sonne, das ist der innerste Planet im Sonnensystem. Wenn die nicht mal acht Stunden brauchen, dann müssen die wirklich wahnsinnig nah beisammen sein. Das heißt, es gibt heftige Beschleunigungen, und das ist genau das, was wir brauchen, um Gravitationswellen in einem sehr heftigen Maße auch dann zu bekommen. Die Distanz von dem System ist recht knackig, also selbst für einen Astronom, es ist zwar noch innerhalb der Milchstraße, aber eben 22.500 Lichtjahre, das ist ungefähr ein bisschen weniger als die Distanz des Zentrums der Milchstraße zum Sonnensystem, das sind 26.000 Lichtjahre. Das heißt, wenn diese Strahlung sich auf den Weg macht, braucht sie, um zu uns zu kommen, 22.500 Jahre. Hat sich also in der Steinzeit auf den Weg gemacht, jetzt erst sehen wir die Strahlung hier auf der Erde. Jetzt gibt es etwas ganz Interessantes. Warum weiß man überhaupt von diesem Begleiter, wenn man ihn gar nicht sehen kann? Der Pulsar macht was Komisches. Also er hat diese Eigenrotationszeit von 59 Millisekunden, also mit einem Affenzahn dreht er sich um sich selbst. Aber wie man aus dem Blinken sehen kann, das Blinken ist nicht ganz immer im gleichen Takt. Und zwar liegt es eben am Doppler-Effekt. Dieser Pulsar, weil er eben einen Begleiter hat, ist nicht alleine im Weltraum, sondern er kreist eben, er bewegt sich um einen Begleiter. Das heißt, von uns aus auf der Erde sieht es so aus, ob der Pulsar einmal auf uns zukommt und dann wieder von uns wegfliegt. So wie das eben hier auf dieser Umlaufbahn skizziert ist. Dann gibt es eben den Doppler-Effekt. Das heißt, die Uhr, das ist ja nichts anderes als eine Pulsar-Uhr, ein Taktgeber mit dem Takt 59 Millisekunden. Wenn dieser Taktgeber auf uns zufliegt, dann haben wir eine Doppler-Blau-Verschiebung, das heißt, die Uhr tickt schneller. Wenn er von uns wegfliegt, dann haben wir eine Doppler-Rot-Verschiebung, die Uhr tickt langsamer. Habt ihr mal viel Spaß daran, das dann auch so ein bisschen vorzumachen, wie das dann klingt. Also normalerweise hätten wir keinen Begleiter, dann würde der immer tak, 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 immer im gleichen Takt ticken, diese Uhr. Also immer im gleichen Takt würde das Blinken zu sehen sein. Wenn der aber jetzt auf Sie zukommt, dann haben Sie einen tak, 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 tak. Also Sie merken, das ist Doppler-Blau- und Rot-Verschiebung. Die Uhr tickt schneller, wenn sie auf uns zukommt und langsamer, wenn sie von uns wegfliegt. Und dieses aus dem Takt kommen ist auf einer Skala nicht von Millisekunden, sondern von Mikrosekunden, also nochmal ein Faktor 1000 kleiner als diese Umlaufzeit. Und man konnte schon in den 70er Jahren Mikrosekunden genau Zeiten messen und deshalb hat man das aufgespürt, dass der eben hier aus dem Takt kommt, aber eben regelmäßig aus dem Takt kommt, weil er eben auf einer Umlaufbahn sich befindet. Diese Umlaufbahn ist aber nicht kreisförmig wie bei der Erde. Die Erde hat eine nahezu kreisförmige Bahn um die Sonne. Es ist eher eine sehr oval auseinandergestreckte Bahn. Und man spricht dann in der Astronomie von der Exzentrizität. Also wenn ein Stern exzentrisch ist, das bedeutet was ganz anderes, als das, was Sie vielleicht denken. Das bedeutet, dass er sich auf einer sehr ovalen Bahn befindet. Exzentrizität 0 bedeutet eben Kreisbahn. 1 ist das Maximum, was möglich ist, extrem oval. Und Sie sehen, mit 0,6 ist es schon ziemlich oval. Das ist gut für die Gravitationswellen, denn die entfernen sich, also man kann jetzt auch ausrechnen über die Kepler-Gesetze, wie nahe kommen die sich denn. Das variiert der Abstand zwischen diesen beiden Neutronensternen zwischen einem Sonnenradius und fast fünf Sonnenradien. Also die kommen sich relativ nah. Und das ist eben eine sehr ovale Bahn. Und immer wenn die sich sehr eng zusammenkommen, werden auch diese Gravitationswellen sehr effizient abgestrahlt. Die Strahlungsleistung geht dann in die Höhe, entfernt sich wieder voneinander, wird die wieder geringer. Und das ist ein Glücksfall auch für die allgemeinen Relativitätstheorien, für die Gravitationswellen, weil das System sehr effizient Gravitationswellen abstrahlt. Es ist nicht so leicht zu beschreiben dadurch, weil es eben so komisch oval ist. Aber es ist für die Gravitationswellenemissionen sehr interessant. Jetzt ist diese Umlaufzeit in, ja, diese knapp acht Stunden können Sie auch in Tagen ausdrücken. Und die ist eben auf zwölf Stellen nach dem Komma genau bekannt. Weil einfach diese Pulsaruhr so extrem genau tickt, kann man das wirklich sehr, sehr, sehr genau angeben. Und das brauchen wir auch, um jetzt eben letzten Endes zu testen. Denn was erwarten wir jetzt? Wir haben zwei Körper, die sehr eng, sehr kompakt sind, die sich umkreisen, Gravitationswellen abgeben. Schauen wir da also längere Zeit hin, würden wir erwarten, dass sie sich näher kommen. Wenn sie sich aber näher kommen, sollte diese Umlaufzeit, also diese Zeit letzten Endes, die sollte abnehmen. Und genau das hat man mit dem Arecibo-Radioteleskop beobachtet. Vielleicht kennen Sie das. Das war in dem James-Bond-Film Golden Eye mit Pierce Brosnan zu sehen. Der Showdown am Schluss war dann hier, wo dann der Bond gekämpft hatte. Das ist also eine Radioschüssel, die man aber nicht schwenken kann. Die liegt einfach dumm rum im Dschungel, in Puerto Rico, mit 300 Metern Durchmesser. Aber Sie haben eben hier eine Chance, das Ding hin und her zu bewegen und können damit auch in verschiedene Richtungen gucken. Natürlich dreht sich die Erde auch und so decken Sie halt einen gewissen Teil des Himmels ab. Was auch mit dem Teleskop gemacht wird, ist die Suche nach außerirdischen Intelligenzen. Das haben Sie vielleicht schon gehört. Search for Extraterrestrial Intelligence, das SETI-Project. Das wird auch mit Arecibo gemacht. Das gab dann einige Zeit lang auch mal Unsicherheiten bei der Finanzierung. Und zum Glück hat man das eben wieder in den Griff bekommen. Jetzt sehen Sie hier eine Darstellung, die eben genau zeigt, wie sich diese beiden Neutronensterne immer näher kommen. Also das ist eine relativ komplizierte Geschichte, was hier steht. Die aufsummierte Verschiebung der Periastron-Zeit. Also was man sich damit vorstellen kann, ganz einfach, ist, immer dann, wenn die beiden Neutronensterne sich besonders nahe kommen, dann stoppen sie einfach. Dann warten sie, bis sie sich wieder nahe kommen und sie stoppen wieder. Und wenn das stimmt, dass sie sich immer näher kommen, dann sollten die Zeit, bis sie sich also bis zum nächsten Mal an den nächsten Punkt zusammenkommen, dann sollte diese Zeit abnehmen. Der engste Punkt, wo sie sich am nächsten kommen, nennt man also Periastron. Und hier hat man einfach die Zeit aufgetragen. Sie sehen, die waren sehr fleißig. Die haben nämlich hier jahrzehntelang dieses System angeschaut. Nun sehen Sie genau, was passiert. Wenn die beiden Neutronensterne sich nicht näher kommen würden, dann sollten die Datenpunkte auf dieser Nulllinie da oben bleiben. Dann würden die die ganze Zeit immer wieder gleichartig umeinander kreisen. Das hat man aber nicht beobachtet. Die schwarzen Pünktchen liegen auf einer abfallenden Kurve. Und diese abfallende Kurve wird also genau vorhergesagt von der allgemeinen Relativitätstheorie, wenn man annimmt, dass die beiden sich näher kommen durch die Abstrahlung von Gravitationswellen. Sie sehen, am Anfang war das hier noch ein relativ geringer Effekt. Da reden wir noch von 70er, 80er Jahre. Und da gab es auch eine große Diskussion. Es gab auch eine Relativitätstheoretiker-Konferenz hier in München in den 80er Jahren. Da wurde ganz heftig diskutiert über den sogenannten Hulse-Taylor-Pulsar, wie man den nennt, PSRB 1913 plus 16. Hulse-Taylor-Pulsar nach den beiden Radioastronomen, die mit dem Arecibo-Teleskop das beobachtet haben. Und 1979, das war also dann hier bei diesen Datenpunkten, da war man sich also wirklich sehr sicher, das muss wirklich so sein. Und alle, die dann skeptisch waren, gesagt haben, na ja, vielleicht gibt es andere Modelle, die das auch erklären. Es könnte ja auch irgendwas anderes passieren in dem System. Die mussten einfach nur letzten Endes warten und schauen, wie sieht es in den darauffolgenden Jahren aus. Und die Kurve wurde immer wieder exzellent bestätigt. Hier zuletzt der Datenpunkt, das war 2013. Jetzt sehen Sie hier in den 90er Jahren eine große Lücke. Ich hatte über Gravitationswellen auch mal in der Lehrerfortbildung gesprochen und hat dann gefragt, ja, was war denn eigentlich hier los in den 90er Jahren? Ich habe das die Lehrer gefragt und da hatte ein Lehrer eine geniale Antwort. Er hat gesagt, na ja, da wurde natürlich der James-Bond-Film gedreht. Das dauert natürlich nicht fünf Jahre oder wie viel hier fehlt, ja. Das war, also die seriöse Erklärung ist, ich fand die Antwort ziemlich geil, muss ich sagen. Aber die richtige seriöse Antwort ist, es ist letzten Endes hier, es gab Finanzierungsprobleme. Man konnte nicht beobachten, weil das Arecibo-Teleskop eben nicht benutzt werden konnte. Und deshalb die Lücke. Aber die andere Antwort ist eigentlich viel cooler. Diese Bestätigung sagt uns jetzt also, indirekt muss es diese Gravitationswellen geben. Und deshalb wurde das auch 1993 mit dem Nobelpreis für Hals und Taylor prämiert. Hals war übrigens der Doktorand von Taylor, ist dann auch kurz danach gar nicht mehr in dem Bereich tätig gewesen. Sie sehen hier dann die neueren Kollegen Weisberg und Huang, die dann letzten Endes hier weiter mit dem Arecibo-Teleskop Daten gesammelt haben. Also das ist immer noch hervorragend bestätigt. Und natürlich wurden die Fehlerbalken immer kleiner, weil man eben das System immer genauer vermessen konnte. Also damit war man sich schon sicher, schon eben in den 80er, 90er Jahren, es muss diese Gravitationswellen von Einstein geben. Aber leider hat man eben noch nicht direkt gesehen, dass ein Instrument auf der Erde von diesen Wellen verformt wird, nämlich dick und dünn wird, in Anführungsstrichen. Und das war der heilige Gral, der letzte große Test der allgemeinen Relativitätstheorie, der letzten Endes gefehlt hat. Und man misst es, das ist also hier eine einigermaßen komplizierte Darstellung, ja, und das bildet noch nicht mal alles ab, was da so passiert. Es ist ein Gravitationswellen-Laserinterferometer, wie man diese Messgeräte nennt. Letzten Endes der wesentliche Teil ist diese L-Form. Und nun passiert also genau das, Sie erinnern sich an die Raupe, wenn eine Gravitationswelle uns den Gefallen tut und genau senkrecht auf dieses L draufläuft, dann haben wir diese schöne Verformung von dem L. Einerseits wird die eine Achse zusammengedrückt, während die andere auseinandergezogen wird. Im nächsten Moment der Schwingung wird das andere wieder zusammengedrückt und die Waagerechte wird auseinandergezogen. Dann schwingen sie wieder zurück und so weiter. Es gibt tatsächlich einen blinden Fleck, wie man sich leicht überlegen kann, wenn nämlich eine Welle uns nicht den Gefallen tut und genau senkrecht auftrifft, sondern hier entlang der Winkelhalbierenden in der Leinwand-Ebene einläuft, dann werden beide gleichermaßen und in Phase gedehnt und gestaucht. Das heißt, wenn wirklich die Welle exakt aus dieser Richtung kommt, dann könnten wir die nicht sehen. Diese L-Anordnung, die vermisst man jetzt nicht einfach mit einem Lineal, sondern mit Licht, mit Laserlicht. Und man hat deshalb die L-Form benutzt, weil letzten Endes hier Laserlicht reingeschossen wird auf einen halbdurchlässigen Spiegel. Das heißt, ein Teil des Lichts läuft einfach weiter geradeaus. Der andere durch diese 45-Grad-Neigung des halbdurchlässigen Spiegels wird direkt nach oben reflektiert. Dann läuft an den total reflektierenden Spiegeln am Ende das wieder zurück, das Licht, und wird letzten Endes in so einem Resonator, wie man das nennt, gefangen. Sie sehen vielleicht, dass hier das Rote viel dicker dargestellt ist als hier außen. Das liegt daran, dass dieses Laserlicht jetzt hundertfach zwischen diesen Teilspiegeln hier hin und her läuft. Und das vergrößert letzten Endes nochmal die Armlänge, weil es kommt letzten Endes auf diese Armlänge an. Man möchte ja unheimlich genau, wir hatten es vorhin gesagt, messen, wie diese relative Länge verkürzt und verlängert wird. Das heißt, es ist vollkommen klar, wenn Sie ein Interferometer bauen, was hier in dem Raum Platz hat, dann machen Sie sich das Leben schwer, weil dann müssen Sie eine winzig kleine Längenänderung messen. Machen Sie das Interferometer gleich groß, am besten Kilometer groß, dann verbessert es ja die Dehnung und Stauchung, die dann nämlich von dem mikroskopischen Bereich oder subatomanen Bereich auf eine größere Skala wandert. Das heißt, je größer das Interferometer, umso besser ist es, um diese Gravitationswellen nachzuweisen. Und was auch wichtig ist, also wie stellt man dieses Interferometer ein? Sie können diese Spiegelabstände eben so einstellen, dass sich, das ist ja der Wellencharakter des Lichts, der hier angewendet wird, dass eben hier bei dem ausgekoppelten Strahl, da kommen ja dieser Wellen zu, kommt zurück, dieser kommt zurück, dann überlagern sie sich und gehen hier raus. Und jetzt kommt die Wellennatur vom Licht zum Tragen. Man stellt die Abstände hier so ein, dass sie hier am Ausgang eine Auslöschung haben, der Lichtwellen. Und ein Lichtdetektor, also hier dieser Fotodetektor, der misst nichts anderes als die Helligkeit an dem Ausgang. Das stellt man so ein, dass sie hier Auslöschung haben. Das heißt, es ist letzten Endes hier am Ausgang dunkel. Eine Frage, die häufig kommt, ist ja, wie passt es dann zur Energieerhaltung, wenn das Licht hier fehlt? Das kann ja nicht einfach verschwunden sein. Die Energieerhaltung ist gerettet, das ist kein Problem, denn natürlich läuft ja das Licht wieder zurück in den Bereich des Interferometers und es ist letzten Endes nur eine Umverteilung von Licht. Also sie haben hier am Ausgang Dunkelheit und die Helligkeit wandert eben dann in andere Bereiche des Detektors und sogar wieder zurück zur Quelle. Also das Licht geht nicht verloren. Natürlich haben sie im Sinne von verloren auch Verluste an den Spiegeln, zum Beispiel Aufheizungseffekte, dass das Licht eben umgewandelt wird in Wärme. Und das macht eben letzten Endes dann beim Messen dieses Geschäft so schwierig. Die ersten Laserinterferometer wurden an drei Orten gleichzeitig auf der Welt gebaut, sogar in München. Das Max-Planck-Institut für Physik hieß früher noch Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik und war in Freimann im Norden von München. Mittlerweile wurden die Institute getrennt. Am Pföringer Ring gibt es das Max-Planck-Institut für Physik und hier in Garching gibt es das Max-Planck-Institut für Astrophysik. Und an diesem Institut war Heinz Billing tätig. Der ist erst in diesem Jahr im Januar verstorben, 102-jährig. Das war ein Pionier der Laserinterferometer in Deutschland. Der hat also zuerst die Resonanzdetektoren wie Joseph Weber aufgebaut. Das ist eine andere Messmethode für Gravitationswellen, mit der man gescheitert ist. Und mit den Gravitationswellen-Laserinterferometern hat er angefangen. Am Anfang eben Meter groß und die Prototypen wurden dann immer größer. Zuletzt dann 30 Meter Armlänge, wie man das hier nennt. Und dann war eben klar, man musste es noch größer bauen. Man hat dann einen Antrag gestellt für ein Instrument, was man GEO 3000 genannt hat. 3000 steht für 3000 Meter in Armlänge. Und wie Sie vielleicht wissen, gibt es ja mittlerweile einen solchen Gravitationswellen-Detektor in Deutschland, in Hannover. Heißt aber nicht GEO 3000, sondern GEO 600. 600 Meter ist also die Armlänge. Und der Grund war eben letzten Endes Kostengründe. Man hat es nicht geschafft, eben dieses Projekt zu fördern in Deutschland. Und deshalb hat man es kleiner gebaut. Die anderen zwei Orte auf der Welt waren Schottland in Glasgow. Ronald Reaver war da der Pionier, der in Schottland diese Geräte gebaut hat. Und am MIT in den USA Rainer Weiß. Alles eben Anfang der 70er Jahre. Und Rainer Weiß, vielleicht kennen Sie auch Kip Thorne, ein berühmter Theoretiker. Ich würde sagen, der berühmteste Relativitätstheoretiker nach Stephen Hawking. Hatte den Film Interstellar mitproduziert. Ist einer der berühmten Autoren von einem berühmten Gravitationslehrbuch für Relativitätstheoretiker. Experte für schwarze Löcher. Der hat eben viel investiert, zusammen eben mit Ronald Reaver und Rainer Weiß. Damit LIGO, wie das Gerät dann eben heißt in den USA, an zwei Standorten aufgebaut werden konnte. Anfang der 70er Jahre hat man da angefangen. Und erst 2015 kam der Durchbruch, dass man die Wellen eben direkt mit diesen Messinstrumenten gemessen hat. Man sieht also daran, wie schwierig das offenbar war, diese Messung durchzuführen. Ein Aspekt, Sie sehen hier immer solche Wattangaben. Was man hier macht, ist, dass man die ursprüngliche Leistung des Lasers durch dieses Mehrfachen und Herschicken in Resonatoren wahnsinnig erhöhen kann. Also hier sehen Sie plötzlich, von Watt geht es auf Kilowatt hoch, also Faktor 1000. Und mehr wurde da die Leistung erhöht. Und das ist deshalb eben so wichtig, weil was man letzten Endes hier am Ausgang misst, ist eine Helligkeit. Und zwar, die Dunkelheit, die ja eingestellt wurde, wird ja verhindert, wenn der Gravitationswelle nämlich durchläuft, verändert sie ja den Abstand dieser Spiegel. Das heißt, wenn Sie vorher das auf Dunkelheit eingestellt haben, die Gravitationswelle kommt, sehen Sie plötzlich ein helles Signal am Ausgang. Aber ein sehr, sehr schwaches Signal. Und man kann eben hier Leistungsschwankungen messen im Bereich von 10 hoch minus 8 Watt. Das ist also unheimlich schwierig, das heißt, diese Fotodetektoren sind sehr, sehr, sehr empfindlich. Und das ist letzten Endes das, was dann die Messung der Gravitationswelle ausmacht. Also man misst gar nicht einen Abstand, dieser zehntausendste Teil von einem Protondurchmesser, sondern man misst eigentlich eine Helligkeitsintensität. In die nämlich wird es umgewandelt, dieser Abstand letzten Endes. Und das ist die Kunst bei diesen Interferometern, eben hier eine sehr, sehr schwache Leistungsschwankung noch zu messen. Also das ist nämlich eine häufige Frage. LIGO hat eine Wellenlänge von 1000 Nanometern. 1000 Nanometer entspricht in anderen Einheiten, Nano ist ja 10 hoch minus 9. 1000 mal 10 hoch minus 9 ist ein 10 hoch minus 6 Meter. Ein Mikrometer. Wie will ich bitte schön mit 10 hoch minus 6 Meter etwas messen, was ja im Bereich liegt von 10 hoch minus 19 Metern. Beziehungsweise 10 hoch minus 16, wenn Sie das auf einem Kilometer dann messen, die relative Längenänderung waren die 10 hoch minus 19. Und wenn Sie das auf einem Kilometer messen, werden es eben 10 hoch minus 16 Meter, das ist eben das, was Sie dann messen müssten, ein Bruchteil von einem Atomkerndurchmesser. Und wie wollen Sie das machen, wenn Sie nur Mikrometer genau mit der Wellenlänge da reinkommen? Und der Schlüssel eben, um das zu verstehen, ist, Sie messen gar nicht direkt einen Abstand, Sie messen eine Leistung. So sieht das Gerät aus. GEO 600 in der Nähe von Hannover in Rute wird betrieben von dem Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik. Ein britisch-deutsches Projekt, University of Cardiff, ist da unter anderem beteiligt. Und Sie sehen, das sieht hier ganz unscheinbar aus, mitten im Feld. Der Strahlteiler sitzt hier, hier geht es 600 Meter in die Richtung, da hinten wird total zurückreflektiert. Und hier geht es in die andere Richtung. Und natürlich müssen Sie jetzt alle möglichen Störungen vermeiden, denn alles, was so eben schwingt natürlich, sieht aus vielleicht dann wie eine Gravitationswelle. Deshalb gibt es hier auch Röhren. Man muss natürlich jetzt zum Beispiel dafür sorgen, dass keine Luft sich in dieser Laserlaufstrecke befindet, weil Luft natürlich hat auch eine geringe Bewegung, schiebt sozusagen den Spiegel an. Was Sie letzten Endes messen wollen, ist hier eine Distanz zwischen dem hinteren Spiegel und dem Strahlteiler. Man spricht da auch von Testmassen. Und diese sind frei schwebend aufgehängt und können sich eben so gegeneinander schwingen. Jetzt können Sie sich überlegen, es gibt alle möglichen Effekte, die dafür sorgen, dass diese beiden Spiegel eben gegeneinander schwingen können. Zum Beispiel, wenn hier hinten der ICE vorbeifährt. Das ist tatsächlich messbar. Die können wirklich sehen, immer wenn der ICE, was war das, Hamburg-Berlin oder sowas, vorbeifährt hier in der Nähe von Hannover, sieht man, wie sich eine Welle, eine Störung ausbreitet und die letzten Endes hier an diesen Laufstrecken rüttelt. Oder genauso, wenn die Meereswellen von der Nordsee branden, dann klatscht es sozusagen an die Küste. Die Küste gerät in Schwingung. Die Schwingung überträgt sich über die Landmassen bis zu der Röhre und dann gerät eben auch hier die Röhre in Schwingung. Auch das können die sehen. Und natürlich auch das Licht selber, was sich in diesem Interferometer aufbreitet. Also wenn ich hier den Laserstrahl auf diese Oberfläche drauf schieße, dann bleibt das nicht ohne Auswirkung für die Oberfläche, weil Lichtteilchen haben ja einen Impuls. Das heißt, die haben einen Druck. Man nennt das den Strahlungsdruck. Man könnte damit letzten Endes ein Segelschiff bauen, was mit Hilfe von Licht letzten Endes dann angeschoben wird. Und das passiert eben auch mit den Spiegeln. Wenn Sie da mit einem wahnsinnig leistungsstarken Laser drauf schießen, dann schieben Sie natürlich auch den Spiegel weg. Auch das ist eine Störung für diese Interferometer. Und all das musste man eben in den Griff bekommen. Und das war letzten Endes der Grund, weshalb man eben von den 70er Jahren bis eben 2015 warten musste, bis es dann endlich gelungen ist. Die Amerikaner müssen natürlich immer alles größer machen. Think big. Hier sehen Sie es. Nichts hier sowas wie 600 Meter, sondern gleich mal 4 Kilometer Armlänge. Das ist jetzt hier in Hanford. Das befindet sich in Washington. Nicht zu verwechseln mit dem District Columbia, Washington DC. Das ist ja an der Ostküste, sondern gemeint ist jetzt der Bundesstaat Washington in dem äußersten Nordwesten der USA, fast schon in Kanada. Da befindet sich dieser Detektor und ein baugleicher Detektor befindet sich in Livingston, also an der Südküste Richtung Golf von Mexiko in 3000 Kilometern Entfernung. Warum will man zwei Detektoren bauen? Naja, genau diese lokalen Effekte, von denen wir gerade gesprochen haben, wenn der Zug vorbeifährt, der Schwingung erzeugt, der macht das natürlich nicht gleichzeitig an beiden Detektoren. und deshalb kann man diese ganzen lokalen Effekte, Erdbeben, Züge, Brummis, der Nachtwächter, der die Tür zuschlägt und so weiter, all das kann man ausmerzen, indem man eben an zwei verschiedenen Orten der Welt misst und beide Orte miteinander korreliert, also die Signale vergleicht. Und eine wirklich kosmische Gravitationswelle trifft natürlich beide Detektoren und der Brummi eben trifft nur ein, zum Beispiel. Und so kann man diese lokalen Effekte ausmerzen. Und natürlich ist noch der Vorteil, dass wenn man mehrere von diesen Detektoren hat, kann man natürlich auch über die Ankunftszeiten, wenn man das miteinander vergleicht, die Richtung der Gravitationswelle bestimmen und weiß dann, wo die Welle herkam. LIGO steht übrigens für Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, also ein Gravitationswellen-Laserinterferometer zur Beobachtung von Gravitationswellen. Und das Rauschen, was ich gerade angesprochen habe, diese ganzen Störquellen, das sehen Sie letzten Endes hier. Also die hauptsächliche Kurve ist die mittlerweile diese schwarze, dicke, durchgezogene Kurve. Hier sehen Sie die Amplitude, die Sie messen können. Hier sehen Sie den Frequenzbereich, weil diese Gravitationswellen strahlen natürlich genauso wie elektromagnetische Wellen bei verschiedenen Frequenzen. Beim elektromagnetischen Bereich kennen Sie ja hohe Frequenzen Röntgenstrahlung, mittlere Frequenzen sichtbares Licht, tiefe Frequenzen Radiowellenlängen oder Infrarotstrahlung zum Beispiel. Bei den Gravitationswellen ist es ganz genauso, je nachdem, was Sie für eine Quelle haben. Sie haben es ja gesehen, diese Gravitationswelle nimmt zu bei dem Chirps-Signal. Also das war dieses Wellensignal, was ich Ihnen gezeigt hatte, wo die Frequenz zunimmt. Da sehen Sie, dass Sie also irgendwann natürlich das Glück haben, dass es in den Frequenzbereich kommt, wo Ihr Detektor empfindlich ist. Aber natürlich müssen Sie wissen, wo Ihr Detektor am empfindlichsten ist und es sollte natürlich genau in dem Bereich liegen, wo Sie auch kosmische Gravitationswellen erwarten. Das heißt, die Experimentatoren waren natürlich auf die Theoretiker angewiesen, damit die überhaupt wissen, wonach sie suchen sollen, wie diese Gravitationswelle überhaupt aussieht. Das heißt, im Vorfeld mussten Gravitationswellenforscher erst einmal simulieren, mit Hilfe von Hochleistungsrechnern, wie aufgrund der Einsteingleichung nämlich diese Gravitationswellen aussehen müssen. Und in welchem Frequenzbereich zum Beispiel zwei schwarze Löcher, die sich da sehr nahe kommen, überhaupt strahlen. Sonst baut man einfach wild seinen Detektor und stellt hinterher fest, hoppla, ich sehe ja gar nichts. Und das wäre schlecht. Hier sehen Sie verschiedene Beiträge. Das braune hier ganz links, was nur im Bereich bis ungefähr, ja, nicht mal 20 Hertz geht, das ist im Prinzip hier der schwankende Boden. Also es gibt immer so Schwingungen des Bodens, die aber sehr niederfrequent sind. Dann das grüne sind Gravitationsfeldschwankungen. Das Gravitationsfeld der Erde ist nicht konstant, sondern es gibt geringfügige Abweichungen. Sie kennen das vielleicht auch von der Schwerebeschleunigung. Je nachdem, wo Sie sich auf der Erde befinden, ist die Schwerebeschleunigung anders. Das heißt, es gibt auch hier Schwankungen, die im bestimmten Frequenzbereich schwanken. Die gehen hier bis 20, 30, fast 40 Hertz. Dann haben wir ein Dämpfungssystemrauschen. Was ist damit gemeint? Die Spiegel sind aufgehängt an einem Dämpfungssystem. Und natürlich gibt es Wärmeeffekte. Und das führt dazu, dass die Teilchen in den Spiegeln hin und her wackeln. In dem Spiegel, das ist das Rote, und auch in dem Dämpfungssystem, wo die Spiegel dran aufgehängt sind. Das heißt, es ist gar nicht vermeidbar, dass wenn Sie sozusagen den Tisch hier ganz genau anschauen, dass der geringfügig hin und her schwingt durch die Wärmebewegung. Durch einfach die Temperatur, die dieser Tisch hat, schwingt er leicht hin und her. Und dieser Bereich, wie Sie sehen, geht hier im Bereich bis ja fast 100 Hertz letzten Endes, aber fällt dann relativ rapide ab. Der Spiegel macht schon mehr Probleme. Der geht hier relativ weit bis in den ganz hochfrequenten Bereich. Also da sehen Sie, da haben Sie schon mehr Ärger, damit der Spiegel selber durch die Wärme in Schwingung gerät. Was hat man gemacht? Man hat natürlich dafür gesorgt, dass man diese Spiegel nicht an Stahlfäden aufhängt, die natürlich über die Wärmeleitung dann eine hohe Wärme auf den Spiegel draufbringen, sondern man hat Quarzfäden genommen, also ein isolierendes Material, um genau diese Wärme zu reduzieren. Das waren alles Tricks, die man dann sich nach und nach ausdenken musste. Und im hochfrequenten Bereich, Sie sehen, was das größte Problem ist, ist die lilafarbene Kurve. Das sind zweierlei Effekte, die jetzt nicht so leicht zu erklären sind. Das eine habe ich schon gesagt, das war der Strahlungsdruck. Also wenn Sie Licht auf eine Oberfläche draufschießen, schiebt das Licht das weg. Das ist relativ leicht noch zu verstehen. Das heißt, der Laser schiebt den Spiegel hin und her und das macht er sogar in einem hochfrequenten Bereich. Aber dann kommt noch was anderes dazu. Wenn Sie hier sich sehr genau einen Punkt anschauen, der von dem Laserpointer gemacht wird, dann stellen Sie fest, das ist ja eigentlich gar kein Punkt, sondern das ist wie wenn Sie mit einem Schrotgewehr auf die Wand schießen. Es gibt so eine Verteilung von Pünktchen um ein Helligkeitsmaximum herum. Das heißt, dieser Punkt ist, wie man sagt, Poisson verteilt, hat also eine statistische Verteilung. Und das nennt man auch eben in der Analogie zu der Schrotflinte das Schrotrauschen. Also Sie ballern eben auf Ihr Ziel und stellen fest, Mist, die meisten Kugeln gehen ja irgendwie daneben. Und das liegt eben daran, dass diese Verteilung Poisson verteilt ist. Und dieses Schrotrauschen ist die zweite Komponente, die eben hier letzten Endes ein Rauschen verursacht. Jetzt können Sie aus all diesen Teilbeiträgen eine einhüllende malen. Das ist dann die schwarze durchgezogene Kurve. Und hier steht A LIGO dran. Das A steht für Advanced. Denn vorher, bevor A LIGO möglich war, war die Ausbaustufe LIGO eben viel weniger empfindlich. Das ist diese gestrichelte Linie, die viel höher liegt. Sie sehen nämlich, was ist der Unterschied? Hier haben Sie eine Skala von irgendwie 10 hoch minus 22,5 erreicht. Und hier sind Sie bei einer Skala von 10 hoch minus 23,5. Das heißt, es ist einfach hier eine Verbesserung von einer 10er Potenz gelungen, indem man eben jetzt diese erste Ausbaustufe LIGO verbessert hat, indem man nämlich das Dämpfungssystem zum Beispiel besser gestaltet hat, diese Aufhängung mehrfach voneinander entkoppelt hat und weitere Verbesserungen durchgeführt hat. Und Sie sehen jetzt, wo dann das Gravitationswellenforscher Herz in Verzückung gerät. Das passiert eben dort, wo genau das Minimum der Kurve zu finden ist, etwa bei 100 oder 200, 300 Hertz. Hier ist das Minimum der Kurve. Das bedeutet, da haben Sie eine Chance, diese geringe Gravitationswellenamplitude zu messen. Wenn Sie hier in den hochfrequenten Bereich gehen mit einem erdgebundenen Detektor, dann grätscht Ihnen sozusagen das seismische Rauschen dazwischen. Also bei 10 Hertz haben Sie da wenig Chancen, weil einfach der Boden da zu sehr schwankt. Gehen Sie in Richtung 1000 Hertz, dann kriegen Sie Probleme mit dem Schrotrauschen und dem Strahlungsdruck. Das heißt, hier gibt es den sogenannten Sweet Spot, da wo also am besten beobachtet werden kann, ungefähr bei 100 Hertz. Das war also dann, ja da zeige ich Ihnen nochmal, man nennt es Empfindlichkeitskurven von diesen Laserinterferometern. Jetzt wollte ich Ihnen nochmal eine zweite Geschichte, um auf die Pulsare nochmal zurückzukommen, erzählen. Denn es gibt eben verschiedene Gravitationswellen und man kann die in der Theorie simulieren. Und um die besonders niederfrequenten Gravitationswellen eben zu messen, gibt es eine ganz andere Methode. Man spricht von Pulsar Timing Arrays. Was bedeutet das? Die Radioastronomen nutzen dazu Pulsare. Wir hatten die schon kennengelernt, den Hals-Taylor-Pulsar, ein Millisekunden-Pulsar, der alle 59 Millisekunden da seinen Beat abgibt, seinen Blinken. Und von diesen sind natürlich einige mehr bekannt mittlerweile. Das sind typischerweise junge Pulsare. Wenn die älter werden, dann schwächeln die sozusagen, dann blinken die nicht mehr so heftig und fröhlich und flott. Und deshalb sucht man sich dann viele verschiedene Millisekunden-Pulsare heraus. Und dann haben Sie ja letzten Endes eine Uhr in einigen tausend Lichtjahren, je nachdem wie weit entfernt sind, typischerweise einige tausend Lichtjahre Entfernung. Das heißt, zwischen uns auf der Erde und diesem Pulsar kriegen Sie da immer sehr, sehr schön regelmäßig Ihren Puls von dem Millisekunden-Pulsar auf einer Millisekunden-Zeitskala auf der Erde ab. Stellen wir uns aber nun vor, dass hier eine Gravitationswelle ins Spiel kommt, zum Beispiel zwei schwarze Löcher, die hier miteinander verschmelzen. Dann werden ja Gravitationswellen abgestrahlt. Und die Gravitationswellen laufen natürlich dann durch den Kosmos und treffen auch irgendwann die Laufstrecke zwischen der Erde und dem Pulsar. Und dann gerät durch diese Verkürzung und Dehnung der Strecke, gerät natürlich hier diese schöne regelmäßige Pulsen aus dem Takt. Das heißt, wenn die Quelle wirklich da oben sitzt, würden wir zuerst sehen, dass dieser Pulsar irgendwie unregelmäßig blinkt, dann dieser, dann geht die Welle weiter, trifft diese Laufstrecke und dann gerät dieser Pulsar aus dem Takt. Wenn Sie also ein extrem genaues Überwachen von diesen Millisekunden-Pulsaren, von mehreren, durchführen, können Sie die benutzen, um Gravitationswellen im Kosmos zu messen, aufgrund dieser Tatsache, dass diese Laufstrecke gedehnt und gestaucht wird. Mittlerweile ist es möglich, hier eine Längenänderung von 100 Metern auf einem Lichtjahr Entfernung zu messen. 100 Meter auf einem Lichtjahr, ein Lichtjahr sind ja 10 Billionen Kilometer, das sind also 10 hoch 13 Kilometer oder 10 hoch 16 Meter. Jetzt rechnen Sie 100 Meter geteilt durch diese, durch ein Lichtjahr, also durch 10 hoch 16 Meter, gibt, Meter durch Meter kürzt sich raus, gibt dann 10 hoch minus 14 ohne Einheit. Das ist dann eben die relative Längenänderung, die Sie messen können. Das heißt, Sie können jetzt hier in einem ganz anderen Bereich mit Hilfe dieser sogenannten Pulsar Timing Arrays, also einer Anordnung von Pulsaruhren, könnte man sagen, können Sie eben einen ganz anderen Frequenzbereich messen. Das ist so eine Art Interferometer, was so groß ist wie die gesamte Milchstraße, weil wir hatten ja gesagt, der Hals-Taylor-Pulsar ist über 20.000 Lichtjahre entfernt, die Milchstraße hat einen Durchmesser von 160.000 Lichtjahren, also das Ding ist so groß wie die Milchstraße. Und damit haben Sie plötzlich Zugriff auf einen ganz anderen Frequenzbereich. Das kann man also bestimmen. Was bestimmt jetzt nämlich das niederfrequente und das hochfrequente Ende von Gravitationsfällen, was Sie mit so einer Anordnung messen können? Das ist letzten Endes die eine Tatsache, ist die Geschichte, wie oft kann ich einen Pulsar dieser Art anschauen? Also regelmäßig mal wieder hingucken, überwachen, pulst dann noch, geht es ihm gut und so weiter. Und dann können Sie alle zwei Wochen, kann man da ungefähr hinschauen. Jetzt rechnen Sie mal um, zwei Wochen, in Sekunden ausgedrückt, gibt ungefähr eine Million Sekunden. Davon bilden Sie den Kehrwert, weil die Frequenz ist ja 1 durch Sekunde. Das heißt, Sie können dann im hochfrequenten Bereich mit solchen Anordnungen 10 hoch minus 6 Hertz als maximale Frequenz messen. Merken Sie was? Das ist weit, weit unterhalb von 100 Hertz, was wir eben gerade besprochen haben. Sie sind also in einem ganz anderen Spektralbereich, im niederfrequenten Bereich. Dann die andere Frage, was ist das niederfrequente Ende, was Sie da sehen können? Das wird bestimmt durch die Länge des Zeitraums, wie lange Sie maximal auf so einen Pulsar gucken können. Beim Hals-Taylor-Pulsar hatte ich Ihnen ja gezeigt, Sie erinnern sich an die Kurve von Arecibo, über mehrere Jahrzehnte, 30 Jahre lang, kann man auf einen Pulsar gucken. 30 Jahre in Sekunden ausgedrückt sind ungefähr 1 Milliarde Sekunde. Davon wieder den Kehrwert 10 hoch 9 Sekunden. Kehrwert ist 10 hoch minus 9 Hertz. Das heißt, das niederfrequente Ende wäre 10 hoch minus 9 Hertz. Sie können also mit solchen Pulsar Timing Arrays in einem Spektralbereich von 10 hoch minus 9 bis 10 hoch minus 6 Hertz beobachten. Und das schaffen Sie niemals mit einem erdgebundenen Array, weil die Armlänge gigantisch sein müsste. Das heißt, diese Pulsar Timing Arrays öffnen einen komplett anderen Spektralbereich, könnte man sagen, wie bei den elektromagnetischen Wellen. Die Analogie wäre Röntgenbereich zum Beispiel elektromagnetische Wellen und Radiowellen. Radiowellen extrem niederfrequent, Röntgenbereich extrem hochfrequent. Und Sie können eben mit den erdgebundenen Detektoren wie LIGO, Geo 600 und anderen können Sie bei 100 Hertz beobachten, also hochfrequenter Bereich. Und eben mit den Pulsar Timing Arrays können Sie eben bis 10 hoch minus 9 und darunter Hertz beobachten. Je nachdem, wie lange Sie so einen Pulsar anschauen können. Man hat mit diesen Pulsar Timing Arrays schon Messungen durchgeführt. Es gibt da ein weltweites Netzwerk, was aufgebaut wurde. Es sind viele Radioteleskope auf der ganzen Welt beteiligt. Es gibt eben das PARKS Pulsar Timing Array, PPTA genannt, in Australien. Das ist seit 2005 im Rennen. Es gibt das europäische Pulsar Timing Array, EPTA. Da ist zum Beispiel auch die Schüssel in Effelsberg dabei, eine 100 Meter Radioschüssel in der Nähe von Bonn. Dann gibt es das International Pulsar Timing Array. Da fügt man letzten Endes sämtliche Radioteleskope auf der ganzen Welt zusammen. Nordamerikanisch, Kanadisch, Australisch und eben die in Europa. Und die haben auch die ersten Ergebnisse jetzt erst 2016 publiziert. Leider ist es bislang noch nicht gelungen, irgendwelche Gravitationswellen mithilfe dieser Anordnung von Pulsaren zu messen. Aber man hat es immerhin schon ausprobiert. Und das Spannende ist eben, weil man eben im komplett anderen Bereich wieder gucken kann, man wird auch ganz andere Wellen sehen, ganz andere Quellen. Dann geht es eben nicht mehr um schwarze Löcher, die sich da umkreisen. Man sieht plötzlich ganz andere Quellen. Was da zum Beispiel favorisiert wird, zeige ich Ihnen gleich. Vielleicht noch ein Kommentar. Spannend wird es dann mit einem neuen Superteleskop für die Radioastronomie, was gebaut wird auf drei verschiedenen Ländern oder Kontinenten, kann man auch fast sagen. Das ist nämlich Südafrika, Neuseeland und Australien, wo man dann mehrere tausend kleine Dipolantennen aufstellen wird, plus kleine Radioschüsseln. Und die Gesamtfläche, die diese Antennen, die man da verteilt abdeckt, da spricht man eben dann von etwa einem Quadratkilometer. Also das kommt gleich, wie wenn Sie eine Radioschüssel hätten mit einem Quadratkilometern Fläche. Und auf Englisch heißt es eben Square Kilometer Array. Da kommt der Name eben her, SKA. Und dieses Radioteleskop soll also ab 2020 die ersten wissenschaftlichen Daten sammeln. Es wird dann immer weiter ausgebaut werden. Und es wird eben 50- bis 100-fach empfindlicher sein als die aktuell besten Radioteleskope. Also da kriegen die Radioastronomen wirklich feuchte Augen, wenn die das sehen. Und man kann eben, wie ich Ihnen gesagt habe, relative Längernährungen von 100 Metern auf einem Lichtjahr messen. Das ist also ganz ordentlich. Und wenn Sie das ausrechnen wollen, das hatte ich Ihnen da im Kopf durchgeführt, ja, das ist 100 Meter teilen Sie durch ein Lichtjahr, Delta L durch L, dann kriegen Sie 10 hoch minus 14 raus. Wie gesagt, leider hat man aktuell noch nichts entdeckt. Dieser Spektralbereich und das, was man überschauen kann mit verschiedenen Detektoren, das sehen Sie in diesem zugegebenerweise sehr, sehr umfangreichen Diagramm. Da ist viel los, ja. SKA, was Sie eben kennengelernt haben, das ist dieser Zacken, den Sie hier sehen. Also immer wenn Sie diese schwarzen Kurven sehen, sind damit Empfindlichkeitskurven genannt. Und wie ich Ihnen sagte, Sie müssen sich merken, wo diese Kurve das Minimum hat. Da kriegt der jeweilige Beobachter die feuchten Augen. Das heißt, SKA ist am empfindlichsten hier in diesem Bereich. Da gehen Sie hier runter, bei welcher Frequenz liegt das? Hier steht 10 hoch minus 8, da steht 10 hoch minus 10. Also bei 10 hoch minus 9 wird SKA am empfindlichsten sein. Wir hatten schon über diese Empfindlichkeitskurve gesprochen. Die sieht jetzt also hier so aus in diesem Plot von A-LiGO. Wir hatten gesagt, bei etwa 100 Hertz, also 10 hoch 2 Hertz, ist der Sweet Spot. Wenn Sie mal gucken, ich werde oft gefragt, warum haben die Leute von GEO 600 eigentlich nichts gesehen? GEO 600 ist die Kurve, die Sie hier sehen. Und wenn Sie mal gucken, wo das Minimum liegt, dann liegen die mehr oder weniger fast alle aufeinander. Das heißt, die sind alle bei 100 Hertz empfindlich. Jetzt fragt man sich, warum haben die eigentlich was gesehen und die nicht? Und der banale Grund war, damals als die Entdeckung gemacht wurde, war GEO 600 leider offline, war ausgeschaltet. Mist! Denn was ist passiert? Dieses Signal ist ja nicht mal eine Sekunde lang. Das sind ja Bruchteile von Sekunden. Wenn Sie dummerweise gerade Ihren Detektor aushaben, dann rauscht die Gravitationswelle durch den Detektor, aber Sie haben das Ding aus und sehen nichts. Das heißt, man muss auch wirklich dafür sorgen, dass diese wenigen Detektoren, die man aktuell hat, am besten auch alle zur gleichen Zeit eingeschaltet sind. Und deshalb sind diese wenigen Detektoren, diese Gruppen, die dahinter stehen, die sprechen sich natürlich ab. Die machen gemeinsame Beobachtungskampagnen. GEO 600 in Deutschland, A-LiGO in USA und Virgo ist ein Gerät, auch wieder so ein L-förmiges Laserinterferometer, was in Italien aufgebaut wurde, die auch jetzt zum Jahresende dazukommen sollen. Und die werden alle zusammenarbeiten, weil natürlich kann man dann auch die Richtung besser festlegen, wo die Welle herkommt und man kann durch die Korrelation auch die Fehler minimieren und kann die Welle viel genauer dann messen. Worüber ich noch nicht gesprochen habe, ist dieser mittlere Bereich. Da steht ELISA dran. Das ist ein Interferometer, was ab 2034 kommen soll. Da gab es gerade jetzt im Juni die erfreuliche Pressemeldung, dass die ESA, die Europäische Weltraumbehörde, gesagt hat, ja, wir bewilligen die Kohle, um ein Gravitationswelleninterferometer im Weltraum zu betreiben. Das hat dann keine L-Form mehr, sondern es kommt noch ein dritter Spot dazu. Das hat eine Dreiecksform. Und man schießt auch entlang dieser Dreieckskanten dann Laserlicht und möchte letzten Endes messen, wie dann diese Dreiecksformation verformt wird von Gravitationswellen. Der Abstand von einer Dreieckskante, also zwischen den beiden Lasern, ist im Bereich von einer Million Kilometern. Das Ding ist so groß, dass es nicht mehr auf die Erde passt. Die Erde hat ja einen Durchmesser von 12.000 Kilometern ungefähr. Also das Ding ist richtig, richtig groß. Wenn Sie es mal vergleichen mit der mittleren Distanz von der Erde zur Sonne, das sind 150 Millionen Kilometer. Die Klugscheißer sagen auch acht Lichtminuten. Kann man auch sagen, ist dasselbe. Eine astronomische Einheit könnten Sie auch sagen. Das ist also vergleichbar, ist ein Hundertstel von der astronomischen Einheit. So groß ist dieses Ding, was dann eben da aufgebaut werden soll und soll eben in knapp 20 Jahren fliegen. Weil es aber jetzt so groß ist und die Armlänge eine komplett andere ist, sind Sie natürlich auch in einem anderen Frequenzbereich empfindlich. Und deshalb liegt die Empfindlichkeitskurve von ELISA in diesem mittleren Bereich. In Farbe dargestellt sehen Sie jetzt verschiedene Quellen. Da kommen jetzt die Theoretiker ins Spiel. Die müssen natürlich simulieren, das ist wie im Urwald, sage ich immer gerne. Sie haben natürlich jetzt einen ganzen Zoo von Viechereien da draußen. Zwei kleine schwarze Löcher in einem engen Abstand. Zwei große schwarze Löcher in einem engen Abstand. Vielleicht aber auch zwei große schwarze Löcher in einem großen Abstand. Zwei weiße Zwerge in einem großen Abstand. Zwei Neutronensterne, vielleicht auch ein Neutronensterne und ein schwarzes Loch. Vielleicht auch einfach nur unsere Erde, die um die Sonne kreist. Das heißt, wir werden die ganze Zeit von einem absoluten Gravitationswellensalat hier auf der Erde getroffen. Sie werden die ganze Zeit dicker und dünner, länger und kürzer. Von allen möglichen Wellen getroffen, aber eben in einem winzigen Bereich, der eben nicht messbar ist. Sollte aber mal eine Welle vorbeikommen, wo es ein bisschen heftiger an der Raumzeit rüttelt, dann können wir mithilfe dieser empfindlichen Detektoren eben das messen. Und das ist mit LIGO letzten Endes gelungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017